Ja, vor zwei Monaten habe ich meine Review zur T-Touch Connect Sport von Tissot publiziert hier und am Schluss gemeint, ja, jetzt schicke ich sie wieder zurück nach La Chantefond. Ich konnte sie dann doch noch ein bisschen länger behalten, als ich gedacht habe, aber jetzt muss sie wirklich zurück. Jetzt habe ich sie doch über zwei Monate, zwei Monate und zwei Wochen oder sowas, muss sie hier gewesen sein, die Ohren. Ich habe sie sehr, sehr oft getragen, natürlich nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und ich würde sagen, Zeit für eine, naja, Langzeit, auf jeden Fall ein Fazit, nachdem ich sie wirklich länger getragen habe und was mir noch aufgefallen ist und was vielleicht vergessen gegangen ist in der ursprünglichen Review und natürlich auch Updates, weil das ist wirklich sehr, sehr löblich. Ständig kommen Updates, jetzt gerade als ich sie nochmal angezogen habe, um zu gucken, was jetzt wie läuft und wie, kam nochmal ein Update. Also da sind sie wirklich sehr, sehr fleißig mit den Updates. Also sprechen wir nochmal über die T-Touch Connect Sport, die ich übrigens parallel zu Apple Watch heute in orange trage, ja. Weil sie ja mit dem orangenen Armband kam, wurde ich sehr, sehr oft darauf angesprochen. Aber es gibt natürlich auch viel, viel dezentere Farben, aber das ist das orange Modell. Also was ist mir in den letzten zwei Monaten damit noch aufgefallen? Erstens, ich bin wirklich kein Fan des Gummiarmbands. Ich finde es wirklich, es ist ein zu labriges Armband. Es fällt so in die ähnliche Kategorie wie die Gauminarmbänder. Viele Leute mögen das, ich mag die nicht so, die sind mir zu labrig. Ich mag so die robusteren, kräftigeren Gummiarmbänder, Fluor, Elastomer oder was auch immer es dann schlussendlich ist, mag ich lieber. Das da ist mir zu, ja, ein bisschen zu sehr Spitalgroove, vielleicht mal so zu sagen. Dann das andere, was mir im Alltag auch aufgefallen ist, was in der Review noch zu kurz gekommen ist. Ich finde die Uhr wahnsinnig schwer abzulesen, weil, ja, jetzt ist gerade der Sekundenzeiger da, geh weg. Da müssen wir schauen, die Zeiger sind praktisch nur schwarz und skelettiert und haben ein kleines Leuchtfeld vorne dran. Und da kann man eigentlich die Zeit nur ablesen. Meistens verschwindet der Zeiger fast im Zifferblatt drin. Ich finde die Uhr wahnsinnig schwierig abzulesen. Gerade wenn es irgendwie eilt und ich auf den Zug rennen musste, habe ich schon teilweise ein paar Mal geguckt, bis ich die Uhrzeit hatte. Das ist mir auch noch negativ aufgefahren. Und natürlich, was mir auch aufgefallen ist, man kann halt die Lunette nicht drehen. Ich bin mich so gewohnt von meiner Omega, dass ich da halt drehen kann. Hier kann man das nicht, das ist eigentlich mehr Deko. Oder ich brauche sie gar nicht erst anzuziehen, wir können ja weitergucken. Das andere, was natürlich immer sehr schön ist, wenn man sie aktiviert und sie da diesen Tanz macht. Ich zeige es nochmal sauber. So, jetzt seht ihr es richtig. Drücken und schlups. Ja, ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich es einfach so intuitiv mache, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass vielleicht ein paar Leute das noch nie gesehen haben. Ja, da kann man hier halt so durchdrehen. Und jetzt seht ihr dann gleich was Neues. Wo ist es? Versteckt da ist es Alarm. Ja. Man kann jetzt, oh Wunder. Zipp. Ist ein bisschen kompliziert. Darauf machen wir 18 Uhr und Alarm. Individuell. Oder wann wollen wir? Einmaliger. Zack. Ja, und jetzt habe ich einen Wecker gestellt. Das habe ich ja kritisiert an der Uhr. Dass man nicht mal einen Wecker auf der Uhr stellen kann. Selbst für das braucht man das Handy. Inzwischen kann man das. Die App sieht aber immer noch gleich aus. Wir können sie schnell angucken. Und da unten seht ihr auch schon den 18 Uhr Wecker, den wir gerade erstellt haben. Was aber immer noch nicht geht, was ich unglaublich frustig finde. Man kann immer noch nicht einstellen, dass einem die Uhr leise weckt. Ich möchte nicht von Gepiepse geweckt werden. Ich möchte von Vibrationen geweckt werden. Wie bei der Apple Watch auch. Das fand ich ja ursprünglich das Beste an der Apple Watch. Dann, was haben sie noch Neues gemacht? Was gab auch Neues? Ah, genau, hier unten sieht man es. Man kann jetzt auch die Stopp-Wor kann man jetzt synchronisieren. Und den Timer ist auch mit dem Handy synchronisiert. Wählen sie Lieblingsmannschaft da die NBA-Funktion. Wüsste nicht, wen ich da wählen soll. So. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr löblich. Das mit dem Wecker kann man, den Wecker kann man jetzt immerhin auf der Uhr stellen. Weil mir ist es wirklich damals im Test passiert, dass ich im Bett lag und gedacht habe, so jetzt stelle ich den Wecker. Und dann habe ich gemerkt, ach nein, das geht ja gar nicht auf der Uhr. Da muss ich wieder das Handy holen gehen. Das war natürlich ein bisschen mau. Was natürlich immer noch nicht geht, ist bezahlen mit der Uhr. Das ist immer noch mit die größte Kritik daran, dass sie das Watchpay nicht drauf gemacht haben. Das nervt. Was dagegen überhaupt nicht nervt, ist die Akkulausseite. Ich habe die Uhr, ich habe es schon in der Review gesagt, nach zwei Wochen, ich habe sie nie geladen. Ich sage es jetzt auch nochmal, zwei Monate später, ich habe die Uhr nie geladen. Und schaut mal, sieht man es da noch ein bisschen größer. Ja, Akkustand. Sieht ihr, da unten ist das Strichli. Ich würde sagen, jetzt ist sie so, ein bisschen mehr als die Hälfte hat sie noch. Und jemand wird jetzt vielleicht sagen, ja, aber Raphael, du hast sie auch hin und wieder im Schrank gehabt. Ja, klar, aber das iPhone war trotzdem in der Nähe. Was ich ja auch kritisiert habe, wenn Benachrichtigungen reinkommen, jetzt kam auch gerade wieder eine übrigens, dann hört man die Zeiger, da macht so Wzz. Und das habe ich hin und wieder auch aus dem Schrank gehört. Weil sobald das iPhone in der Nähe war, hat sich die Uhr natürlich damit verbunden und natürlich dann Benachrichtigungen empfangen. Also die hat schon gearbeitet, als sie da im Schrank lag und nicht mal Sonnenlicht hat auffangen können mit ihrer Solarzelle. Nein, also Akku, das ist wirklich das Akku-Wunder, das Ding. Also wenn man eine Uhr haben möchte, die einfach ein bisschen smart ist und unglaublich lange hält und man sich nicht kümmern muss, ist die wirklich. Das funktioniert. Und was ich in der Review vergessen habe zu zeigen, ist das Ladekabel. Das ist ein bisschen uncool. Das sind ja diese Kupferpins da hinten, machen wir das da drauf. Und dann natürlich USB-Alt. Das ist ja ganz lausig, aber naja. Weil man sie ja praktisch nie laden muss. Kann ich es ein bisschen verschmerzen, wenn ich das jetzt einmal pro Woche machen müsste. Nein, der Akku ist wirklich, also das ist fantastisch, wie lange der Akku hält von den Dingen. Also auch bei der anderen, bei der T-Touch Connect. Wie heißt die? Die heißt glaube ich nur Connect. Ach, die Namen sind kompliziert und viel zu lang. Aber das Gute ist ja auch, das andere Modell, die Connect, ist ja weiterhin erhältlich. Also die sind, was ich ein bisschen, ich hatte ja erst den Eindruck, die ersetzt, das sei das Nachfolger-Modell. Ist sie gar nicht. Das andere Modell gibt es weiterhin. Also wer das andere toller findet, kann auch dazu greifen. Da habe ich ja auch schon vor langer, langer Zeit eine Review gemacht hier im Kanal. Nein, aber die hier, wenn man weiß, was sie macht, ist sie wirklich großartig. Wir haben natürlich inzwischen auch Leute geschrieben, die sich gekauft haben und enttäuscht waren, was dann halt alles nicht geht darauf. Ich habe es in meiner ursprünglichen Review schon gesagt, wenn eine Smartwatch will mit allem drum und dran, Smart Home Sprachassistenten telefonieren, der muss halt bei Google Uhren und bei der Apple Watch gucken gehen, wenn er Sportuhr möchte mit allen Coaches und Trainings und Blutzauerstoff und allem Zauber, und es halt gibt, er gucke bei Garmin und wer halt sonst was will, Withings ist auch eine tolle Option, aber wer so was will, also wer sich wirklich darauf einstellt, dass die Uhr sehr, sehr viel nicht hat, aber das, was sie hat, halt sehr, sehr souverän, die wird an der Freude haben. Also da hat sich nichts dran geändert. Wie gesagt, also das Display ist halt wirklich nur so winzig da unten. Da muss man nicht meinen, man könne da dann lange SMS bequem drauf lesen. Man sieht einfach, der und der hat geschrieben und man kann es schon drauf lesen, wenn man möchte, aber bei mir ist es dann so, dann greife ich dann halt doch eher zum Handy oder gucke auf der Apple Watch, weil ich die ja auch anhabe, aber wenn man halt nicht so Benachrichtigungs-Junkie ist, dann reicht die da völlig. Wenn man halt wirklich, ansonsten landet man dann halt sofort wieder bei einer Smart, also bei einer richtig großen Smartwatch und das muss man halt schon wissen. Darum, wenn man weiß, worauf man sich einleistet, wird man daran Freude haben. Und ich finde wirklich die Größe auch sehr, sehr gut. Wenn es jetzt meine private, hätte ich natürlich, wie gesagt, längst das Armband ausgewechselt, aber als eine Testuhr ist, muss ich ja sowieso immer schon aufpassen. Ich habe jetzt sicher fünf Minuten lang dieses Ladekabel gesucht, weil ich so viele Ladekabel von verschiedenen Uhren habe, wusste ich nicht mehr, welches es ist. Und ich musste da alle durchbauen, aber als ich es dann in der Hand hatte, wusste ich sofort, welches es ist. Nein, das ist der zweimonatige Langzeit-Test zur Tissot T-Touch Connect Sport. Falls ihr noch Fragen dazu habt, immer her damit, ich beantworte die Sesegen. Ich habe einfach die Uhr jetzt nicht mehr hier, also ich kann nichts mehr für euch ausprobieren und schauen, ob die leisen Alarme jetzt doch endlich gekommen sind. Aber wir hoffen darauf, dass die sehr, sehr bald kommen, weil ich fände das schon noch sehr, sehr praktisch. Ansonsten, andere Fragen natürlich auch immer sehr willkommen. Falls ihr eine habt und super zufrieden seid oder grausam unzufrieden oder einfach einen Tipp habt, ungeniert unten rein kommentieren, da bin ich immer sehr froh und andere auch. Heute habe ich auch wieder ein paar Kommentare gelesen, da gab es so tolle Reviews, die ihr da unten reingeschrieben habt bei verschiedenen Videos. Das ist einfach praktisch, weil dann sieht man, wie andere Leute die Produkte nutzen und wie sie das sehen und das ist immer sehr, sehr spannend. So, was das Video spannend war, Daumen nach oben, was ich finde, Raffel hat praktisch nochmal dasselbe gesagt wie letztes Mal, Daumen nach unten, ja, das ist halt ein bisschen das Pech, wenn man schon in der Original-Review praktisch alles trifft, was man danach im Alltag merkt. Aber in dem Fall, ja, die Ablesbarkeit des Zifferblatts, ist mir welche erst später aufgefallen, dass die nicht so wahnsinnig toll ist bei dem Modell. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschliessen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.